Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dungeons & Dragons Online. Wir machen ein neues Wilderness-Gebiet, und zwar die Epic Highroad. Das ist hier, in der Nähe von King's Forest. Da gibt es eine kleine Kutsche, die fährt uns in den Highroad oder eine Schriftrolle suchen. Die Kette machen wir dann auch. Und zwar gibt es hier wieder zwölf Schriftrollen zu erkunden. Das wollen wir einmal machen. Eine ist wieder so ein bisschen an so ein random Event gebunden. Deswegen müssen wir gucken, ob wir alle zwölf schaffen. Und da gibt es die Minderung, wie die Reise. Die Schuhe zu übernehmen, die Straße zu übernehmen. Ja, ja, das würde alles sehr schön sein, wenn die Kormier-Gebiet nicht aufstehen. Aber was würde ich erwarten, wenn ich einen bestimmten Netherskroll aus meiner Reise? Es gibt die, die zerstören ein König, um einen einzigen Netherskroll zu haben. Anyone, who holds a scroll, can expect danger to follow. Das ist ein Quest-Eingang. Mein Weg führt mich zu einem krummenden Kastel näher der Riefer. Die Adventurinnen, auf der Weg nach den Ströhnen, benutzen sie als eine Schilder. Sie alle glauben, dass der Kastel ein einfaches Ruhig ist, lange nach dem Klee von irgendwelchen Gefängnissen oder Werten zu haben. So, haben wir ihr geholfen, was zu identifizieren. Dafür gibt es uns eine Kiste. Weiter geht's. 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 I must not listen. I must not listen to the soft whispers in the dark. I must listen to the next one. I must listen to the next one. I must listen to the rare. I must listen to the soft whispers in the dark. I must listen to the soft whispers in the dark. du hast die ganz gestohlen so jetzt war irgendwie ich kann nicht mit den Harpers ich beginne das und ich versuche, dass ich es enden werde auf meine Honne als Hunt Silber ich werde zurück in den Stormhorns wo ich erst einmal die Augen auf der Wälder und dann vielleicht aber erst muss ich mich selbst aus den Niederhäusern Das ist auf meinem Weg. Mein Herz ist mit Angst. Das ist ein Netherskroll, nachher alles. Er hat wissen, dass ich nicht mehr wissen muss. Wenn ich mich für alle Netherskrollen gewisse, wäre ich so stark wie ein Gott. Nein, ich wäre ein Gott. Natürlich, ich würde mich ziemlich verrückt machen. Meine Honour wäre bedeutend, und der Hants-Over-Name wäre in Ruhe. Nun, meine Aufgabe ist zu verabschieden, das Krall. Der Kormier ist unterhalb der Szymbien-Border. Die restlichen Drakkneiden-Drebon-Night haben die Kormier-Nightse zu handeln, die Kormier-Nightse zu verabschieden sind. Das ist ein Weg für die Briggenden, und schlimmer. Es ist Netherell. Sie nutzen die Hörbein-Sell-Sword für die meisten. Aber es gibt keine Verzüge, dass sie verdammt Wälder sind. Ich glaube nicht, dass sie sich so stark in Zypormia zeigen können. Aber mit unserem Armee in der anderen Seite, Netheril wurde die perfekte Möglichkeit gegeben. Der Knie ist nicht so stark in Zypormia. was machen die im baum die sind groß, der ganze baum wird sich biegen so, hier ist die Highroad Quest, das ist die letzte die man sich dann fleckt die 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 ... ... ... Was ist hier immer? Keißegal... Ja, oben ist noch... Scroll... Die Straßen rum... Ich habe ein Stück des Skrull für Seamus gegeben, um ihn sicher zu halten. Es gibt ein paar, die ich in dieser Aufgabe verabschiede, aber Seamus hat meine Leben zurückgebracht, als meine einzige Begründung war, um zu finden, für meine Schlechtung zu finden. Und außerhalb von der alten Begründung, gibt es Dinge in seiner Schlechtung, die nicht erwähnt werden. Ich habe die erste Skrull-Pieße in der Green-Wheeled-Lane gegründet. Auf meine Honour, ich versuche, dass die Schlechtung in meine Hand war, als ich sie behaupte. Vielleicht ist das zu erwähnen. Given die Magie, die die Skrull enthält, war es fast, als ob die Schlechtung des Skrull versucht, zu erheben. Ich glaube, es waren drei in dem Dorf. Ist das gar nicht wirklich komisch? Ich weiß es gar nicht, wie es kommt... Also eine, wie gesagt, gibt es nur über das Random Encounter mit den Juanty. Und wo war das Kürbisfeld? Da. Da gab es nämlich. Ja, liebe Leute, das war die High Road. Relativ kleines Gebiet. Vier Quests, vier, fünf Quests gibt es hier, die machen wir dann auch noch. Ich wollte noch einmal so ein bisschen das Außengebiet einmal zeigen, wo die Scrolls sind. Und wie gesagt, eine Spawned Random, das ist ähnlich wie in Weedle mit der letzten. Die vergeht nur, wenn ein bestimmtes Random Encounter da ist. In diesem Fall ist das so ein Juanty Encounter, wo dann so ein kleiner Teleporter mitsteht. Dann wird man nämlich hierhin teleportiert, sag ich mal. Also man kommt in so eine Höhle, da bekämpft man ein paar Juanty, dann gibt es auch eine Kiste. Dann geht man dort über den Höhleneingang raus und kommt hier raus auf einer Anhöhe, die man so nicht erreicht. Und da liegt die letzte Schriftrolle. Ja, bis dahin, schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Let's Play DDO. Bis dahin, bleibt mir treu, euer Tito. Bis dahin, bleibt mir treu. Tschüss. Bis dahin,selsbiet. Ich weiß mich, weil ichнить, wenn's Bis zum nächsten Mal.